er aus welchem zwar einfach aus einem Ofen den Stoen raus holen nee ist egal ja ok dann halt nicht so also ich hab zwei Pfeile hier die tue ich meine Nähterkiste die kannst du dir gleich rausholen so und dann noch einmal ganz kleine Schaufel die zweite wo man mitfangen ok ich bin bereit ich auch nee aber ich bin schon unten ich bin schon unten also wir müssen das ja auch noch irgendwie wieder aufbauen was das Portal ja ich hab hier unten 15 Obsidian ja ich weiß ok warum baust du da extra den Gravel für ab? Ich geh einfach außen rum äh ja wenn du da noch reinkommst lol du hast das zugebaut nein also ich hab da einen hingesetzt hier da oben fuck warte äh äh auh scheiße jetzt bin ich auch runtergefallen boah geh weg ich hab hier alter das ist unsozial alter so ok das 15 Obsidian oh das Feuerzeug das hab ich glaube ich im äh ja da bin ich gestorben ich hol mal eben ein neues oder hast du Flint dabei? ne ne boah da baue ich jetzt so lange diesen Gravel ab ah ich hab Flint hast du Eisen? äh ja ein bisschen ja dann gib mal einen ich nehm das Feuerzeug mit in den Neta weil wenn das Portal abgeschossen sind sind wir sonst gearscht abgeschossen wird wie hoch drei ne und dann die Decke ja genau jo und jetzt rein da ja die weg ist er und drin ist er erstmal wieder ein bisschen regenerieren also die Welt hier generieren lassen und so ich hör schon wieder Gas aber keins in Sicht gut ähm ja ich mach mich dann mal solange bist du da bist hier an Neta Rack Farm ja ich bin da ok das hat nicht viel gebracht 17 Stück an der Zahl lol hast du hier den Eingang wieder verbaut? äh ja weil sonst kommen hier äh Gas direkt zur Begrüßung ja der ist Agro Hi Torben ja wo bist denn du? ja hier drin glaub ich ah ah da da hinten ist ein Agro Zombie ne? also der da aber weißt du was den lass ich jetzt einfach so den äh wir werden jetzt hier scheiße au das äh äh Tobi helf mir mal ganz kurz ja ich bei mir leckt das alter warte ich helf dir jetzt auch wieder ich hab nur noch 3 Leben Tobi ok stopp jetzt ich hab nur noch 3 Leben ja pass mal auf mich 2 Leben ja pass mal auf mich auf ganz kurz also ich geh mal ganz kurz da rein ne das ist auch immer gut na Torben da brauchst du nicht rein alter Tobi ich hab nur noch 2,5 Leben und da hinten ist wieder so ein Agro Zombie und wenn hallo hallo hä wo sollen wir ein Agro Zombie sein? nein da hinten der ist Agro ist keiner guck dir das nicht an nein der hinten da der am Feuer steht am Abgrund da oder? nö knutsch aber vielleicht ist der auf mich Agro nein ah das werden wir jetzt ja sehen ja komm wir gehen hier einfach doch ist er Tobi Hilfe Mami ja töte den doch ja ok ja nur weil ich nice jetzt hab ich den nächsten schon wieder gehört egal so jetzt komm jetzt ah nicht da runter du hast ach da ist der nächste Agro fuck der ist auf mich Agro Echt? Ja ist er Michael ja und meine XP welches Level bist du? 39 weil ich bin 27 ja ich stelle das jetzt wieder aus mit dem Leben Level behalten ja alle Plugins werden ausgestellt das ist das ist nur wegen dem letzten Battle und dafür entschuldigen wir uns an dieser Stelle nochmal boah Tobi wehe wenn das deine Agro Zombies sind die du alle geschlagen hast wenn die uns jetzt entgegen kommen nein das zählt nicht mehr das war natürlich nicht bedacht von dir doch eigentlich schon aber sie sind alle weg nein alle despawned Alter hier der Garst du bist so ein vollidiot hallo ich brenne ja und komm ja ich habe meine Rüstung ausgezogen und sie sehe sie jetzt wieder an warum ziehst du denn das Rüstung aus? weil ich gebarrt habe das machst du auch gemacht und nö nur das Ding was leu ich bin so ein voll Spaß hast du rein zufällig Holz dabei? nein aber brauchen wir doch nicht ja super ey warum das brauchen wir doch gar nicht aber ich brauche mal einen Helm Alter Tobi was denn der hat kein Leben mehr sobald ich einmal geschlagen der wirst du auch ohne Helm überstehen aus dem wirst du nicht geschlagen lol gast gast ja ich sehe schon du hast am Bogen dabei man schießt doch einfach ab nein geschwebt eh alter ist doch scheißegal lol nein komm lauf einfach weiter der trifft keinen ja dann gehen wir gleich ja also wenn du so in Lava fliegst dann guck ich bin einfach vorbei na alter der ist grad ein bisschen am Längen hier wegen dem scheiß Netter lol wo kommt denn der Lavafall her der war doch noch nie lol Tobi auf wen ist denn der Agro? ach auf gar keinen ok ja weil der pass auf jetzt weil der so von der Decke gesprungen kam ne von der Kiesplattform da rum ja komm renn jo hier habe ich eben eine die Lava geschubst und da schwebt ein Netterblock Vorsicht Tobi wechsel ich gerade oder stehst du einfach nur blöd rum achso ok ja weil ich dachte bei dir leckt also bei mir leckt es gerade aber jetzt also es leckt nicht äh äh nein es leckt nicht alles ok oh ok so dann ran ans Werk da hinten guck mal gerade hier unten bei mir ist hier hinten eine gute Farmingstelle immer gewesen also hier habe ich auch schon gefahren aber hier musste aufpassen äh Tom guck mal hier kann zum Problem muss den kompletten Boden ab ja mach ich hier auch hm ja pass auf da unter dem Netterrak ist äh ziemlich viel nichts und vielleicht mal Lava und so ein bisschen halt ich hab ich hab fast also jeder würde ich sagen sollte sich drei Stacks mal ins Ziel setzen ne ja würde ich auch sagen ja wenn er von den Spitzhacken erreicht ich hab zwei dabei ich hab drei ich hab drei na dann wird das reichen also da werden wir genug kriegen meine ich so ich bin doch so ein Vollidiot weißt du ich denke an Stickies aber natürlich keine ähm Walkbench kein Crafting Table dabei mhm äh auch Zäune und Treppen brauchen wir Treppen also Treppen kommt nicht auf Crafting ja aber ist besser wenn wir die jetzt direkt mitnehmen weil so kosten die viel weniger mhm und Zäune genau das gleiche weil die können wir auch noch richtig geil da anbauen irgendwo bestimmt wie schnell die Spitzhack aber hier sind Blaze hier sind Blaze ja ach äh hallo hier sind vier auf einmal gespawned ohne Spawner oh das ist natürlich ja dann hat der Spawner soweit gereicht lol die sind da nein hier ist doch keiner wie können die denn da sein seien das verstehe ich nicht ok hauen wir die weg äh ja nimmst du deinen Bogen da mal nein komm lol ja dann viel Spaß ok die sind alle weg krass helfe äh Hilfe ja ich bin ab lol der ganze Gravel ist darunter geflogen ja boh und das habe ich nicht in der Aufnahme Mann ooo lol lol wie krass alter Tobi warum hast du dich mit den Viechern angelegt Spass schieß die doch einfach mit dem Bogen ab ey wo ist das Problem lol guck mal Tobi da liegt jetzt ein äh ein Gravel auf dem äh ein Gravel auf dem äh Neta Block da den ich da eben gesehen hab wie geil ah jung äh geh doch einfach nicht in den Nahkampf oh jetzt dein Handput komm hier ich bin tot so verzieht sich mein Gott ey ja und wer trittet die jetzt ja keiner lasst sie einfach da stehen und gleich auf mir rückwischen ah hoffen das ist ja auch so schwer die Mückenbogen zu bei mir liegt das ein bisschen ja dann geht mir den Bogen und die Pfeile und dann mach ich die Put ich hab noch 32 Pfeile alter hättest du mir auch noch einen Bogen äh hätte ich mir auch noch einen Bogen mitnehmen können äh und ich bin schon wieder getroffen das gibt es nicht ich hab schon oh das das geht locker mit zwei Spitzern ich hab schon 2 1 halb 6 gleich ja dann machen wir doch mehr ah Tom du musst mir mal helfen wie soll ich ich geh doch nicht im Nachkampf finden gib mir den Bogen dann da mach ich die fertig nein alter Tobi hab ich ja fast getroffen nein hast du nicht doch jetzt also ich wäre sehr hilfreich wenn man das Feuer abnehmen würde äh ich bin gerade im Nahkampf bei denen so eins ist tot 2 ist tot oh 3 ist nicht tot dann wird jetzt ergriffen sein ja wo bist du ja toll machst du die dritte dann auch noch kaputt nein ich treff nicht so jetzt aber ey ok Sniper Duell bam so und dann lass mal weiterfahren also Tobi bei dem Boden musst du manchmal aufpassen ne also auch hier weil nein das geht tiefer hier willst du mir helfen hier ich bin gerade noch hier den guck mal ich habe schon den Gang fast komplett den Boden weggefahren ja ja ach hier habe ich den Boden schon fast komplett weggefahren ja dort das richtige kann ich nicht mehr ja dann kommen wir zu mir ich habe ja auch noch ein paar Stellen du kannst schon mal hier die Wände wegnehmen dann haben wir einen Gang komplett vernichtet aber die haben übrigens eine Lohnroute gedroppt die eine die ich dann im Nahkampf loll alter ist das gefährlich zieh dir das mal rein hier ja ich kann man nicht ok ich habe jetzt auch zwei Stacks voll na dann habe ich jetzt schon drei schätze ich mal warte mal äh ich brauche mal Licht hier jetzt so ja ich habe schon drei gerade du kümmerst dich auch um Zäune um Zäune kümmer ich mich ne ja ok dann mach ich eben hier noch den Boden weg und dann mach ich nur noch Zäune und äh Treppen aber ich habe dann jetzt drei Stacks oh warum nehme ich die Spitzacke die ist ja noch nicht fertig verbracht so hier komm her mit dem Zäune und du auch noch Zäune und dann der Zäune und der Zäune also ich habe auch einen Zaun abgebaut oh ha sorry hm Alter das ist gefährlich ja das ist hier gerade ziemlich gefährlich warum weil ich so an der Lava rumtourne ja ich brauche ich wollte gerade Zäune auch du ich dachte du wolltest hier noch ein bisschen äh Bricks ich dachte das hat ja schon wieder einen Blaze gespawnt ey das gibt das nicht ja ein Bogen zwei drei Bogenschüsse und dann ist er weg ja wenn man trifft das sollte man natürlich tun ist das schon auf dich aggro oder noch nicht nein ich bin weit weg Alter Tobi das hättest du mir sagen sollen jetzt bin ich mit dem im Nahkampf mit dir viel das hat mich getroffen aber ich mache das jetzt fertig das ist jetzt zu Ende ja und es hat wieder ein Lohnstab getroppt so und jetzt muss ich hier natürlich aufpassen was du hier alles weggefarmt hast das mache ich direkt mal zu so so und ich baue mich mal ganz kurz ein weil ich weil ich ganz kurz für ein paar Sekunden weg bin du kannst so lange hier weitermachen warum machst du nicht Pause weil ich keinen Bock habe so also ich bin gleich wieder da der Tobi macht so lange weiterbestimmt ja alle Leute und da kommen wir zu einem Let's Play Minecraft die habt richtig gehört nicht Together sondern mit mir alleine weil der Torben gerade sehr wahrscheinlich auf Klo ist weiß ich doch nicht ähm ja ihr seht jetzt natürlich nicht was ich mache aber ich kann es euch glaube ich beschreiben es war sehr spannend hier Nether Bricks up und ja das war so schon ne ne auf jeden Fall ziemlich langweilig so oh da ist der Torben da und ähm hallo und herzlich willkommen zurück let's play together na was hast du so gesagt dass ich jetzt einen LP alleine mache ich höre schon wieder so ein Gasvieh Leute Tobi da bist du oh oh bin ich nein du warst gerade ach da bist du alter Tobi du machst hier so gefährliche Sachen ne ah ne da war keine Lava ok wie baust du die ab man geh doch in so einen Gang an dem keiner vorbei muss hallo so hier ist ja noch was soll ich denn sonst machen ach guck mal hier ist der Lohnspawner Tobi hier unsere EP Farm die benutze ich nochmal ne wo du gestorben theoretisch können wir da mal einen raus bauen Leute der ist kaputt der Spawner mit dem nem wo wir wollen oder wie